Hallo, hier ist wieder mit von XY, EinfachMilzi. Jetzt geht es weiter mit Scrap-Mechanik. Teil, wartet, lasst mich gucken. Ich habe es mal hingeschrieben, es ist 26. Ich vergesse das immer so schnell. Wir sind da hier hergefahren. Mal gucken, ob wir etwas abfassen können. Wir müssen halt nur aufpassen, hier sind die blauen Viecher. Die mit einem Schlagweb-Bup. Da ist einer. Nein. Weg. Da schießt. Hey, bleib, bleib, bleib da. Das ist meine Kuh. Also, was muss ich schießen haben. Komm her. Mal gucken, dass das blaue Fliss-Fühl hinter uns ist. So, okay. Wo ist das Ding jetzt hin? Ich bin hierher, kommt doch nicht her. Okay. Aufpassen. Ich muss nicht sterben, man muss wieder zur Ewigkeit Das ist blauer Das ist blauer Gut, die sind nicht ganz so wild, die rennen nicht hinterher, solange Ewig Das ist blauer 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 Ah! Oh, da, da, ich hab das. Oh, da, ich hab das. Oh, ja, ja. Okay, ja. So, ich erinnere nur. Gut, ich bin zu eh, ne? Waren wir ja auch vor, dass wir ihn verleben? Was? Wieso tucke ich mich doch selber mit weg? Da greift die Kuh an. Da greift die Kuh an. Nein, 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 nein. Okay. das war das ganze stück schon laufen sein jetzt oh mann wo haben wir das ja ich lerne es halt nicht. ich bin halt zu gierig das ist auch noch im dunkeln kann man die irgendwie den tag ausschalten und die nacht ausschalten oder viel verkürzen und den tag verlängern oder so. nee kannst du nicht sensimose du guck du 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 So. Gott sei Dank ist Worte der Heide. Ist ja schlimm. Man sieht doch fast überhaupt nichts. Im Video wäre es ein bisschen helfe allen für euch. Uh. Passt da mal auf, wo du hinläufst, Junge. Ich hoffe, ich weiß dann noch, wo das Auto steht. Aber so weit drumherum, das Auto dürfte so einfach da stehen. Da. Es ist die Schwierigkeit, unser Loot zu holen erstmal. Es ist die Schwierigkeit, unser Loot zu holen. Wo ist das Ding? Hier ist es 12. Ich werde schon auch wo wir wiederfinden. Der Loot ist erstmal wichtiger. Ja. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Das ist heute Abend, das ist heute hinter mir. Mann, wo hast du denn dein Bein liegen? Wo hast du denn dein Bein liegen? Wir müssen da unseren Loot ran. Ah, ich bin halt... Mann, warum bin ich so gierig? Scheiße. Hm, ich will mein Zeug wieder haben. Ja, noch wenig. Gierige Männchen trifft Sly am Anfang. Das sieht er. Stimmt. Wir gehen jetzt nicht über los. Wir gehen jetzt leider hin. Moment. Und... Ah, der Mecker klingelt für die Tabletten. Aha. Unser Loot muss man aus dem Rollen. Unser Loot. Meine Leiche muss geplündert werden. Meine Leiche. Oh man, ist das weit weg. Ob ich das noch hinkriege? Ich weiß es nicht. Ach man, ich wollte dann längst wieder zurück sein mit unserem Zeug. Das ist nervös. Und dann muss ich noch zwei was looten. Mich und mich. Wie viel Scheiße hattest du gerade vorher gehabt? Und wie sehe ich denn aus? Keine Haare auf der Brust. Nichts. Einen Schuh nur an. Das war's. Den müssen wir mitnehmen. Das ist klar. Den müssen wir auch noch mitnehmen. Das ist klar. Den müssen wir auch noch mitnehmen. Das ist klar. Und bei bei. Du hast es gesehen. Da schießt schon wieder. Flacher Wegsauch. Jetzt hast du gesagt, das ist ein blauer. Nein, nein, nein. Ich will zu meinem Auto. Okay. Okay. jetzt. Ja. Jawohl. Okay. da dort hinten muss ungefähr unser auto sein jetzt rede ich wieder von unserem auto irgendwann ist es wieder mein auto denn der moment in seinen pläten armen liegen Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich bereue ich schon. Das ist ein Zaun. Das noch mal kurz mitnehmen. 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 Okay. Jetzt sieht man die Pisa nicht. Dinge. Okay. Das ist ein Zaun. Okay. 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 Ja Ja So ich glaube hier war schon mal könnte fast danach aussehen es sagt nichts ich bin zu gierig guck mal da ist ja einer den müssen wir mitnehmen weil das rennt uns sonst eh hinterher ja jetzt habe ich kein auto aber näher ich denke mal das machen wir dann beim nächsten mal mein loot holen und ich sage erstmal tschüss und bye bye und winke winke und bis zum teil 27 20